servus willkommen zu einer neuen schneeballschlag ja heute werde ich den leon abzocken also komm leon ich mach dich fertig an mir das war sehr effektiv heute gehen wir zurück nach hause und wollen uns mit unseren first diamond und als eine eine jukebox bauen ja der lehrte davon habe ich erfahren war das dagegen ich bin da sowieso dagegen so wo geht's entlang stopp nach da ich bin ich glaube ich glaube da waren wir richtig vorgegangen bist ich habe ja da waren wir richtig leon wieso sagst du nichts ich sehe unseren turm ich habe keine fackeln mehr markt muss mir kurz fackeln geben hier habe ich eine einzige fackel die haben hier ja ich schenke sie dir zum frühostern ach hier sind wir jetzt okay dann lege ich das leute beides ostern und dann sein kernes special mit ein paar freunden nein weiß ich noch nicht was kommt ich wollte einfach nur so erwähnen ja da bin ich glaube ich halte heute und muss ich schon wieder einen cut machen ja das muss ich mich schwer haben das thema willkommen von neuen folgen minecraft nach dem zehnten cut sind wir wieder hier und heute laufen wir zehn meter um uns ist nein wir werden jetzt einfach mal wo sind jemand keine ahnung ich weiß es nicht ja und wo hast du den diamanten bock mich nicht was okay aber dann sagt man würde die aus wo ist er dir wir brauchen damit damit etwas etwas sehr doch gibt mir denn dir mike ja wo ist dem unter kommen runter wo ist das in der inventar du willst mich essen oder first time und leute sie den welt wird verschwinden weil die leute sagt aber die leute nicht was es war für dich so wie baut man das teil noch mal ich glaubt in der mitte tut man das wirklich ich tüte dich ich tüte dich ja ich baue sie super sind wie ich an die aufhörst ich tüte dich und das ziehe ich auch durch aber ich bin auf noch leons ok shop kannst du dich schlagen war ganz wenig schlagen war bis zu schlechten bwp nun weiter komm ich ja ich bring dich um die gewahr ist ich bring dich um stop 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 ich glaubt mich aus ich baue die jukebox wenn ich aufhörst ich mach ein schild kaputt ich brenn dich verbrenn sich beim schwert hier macht doch schlag schlagen schlag ok da ich will ich nicht umbringen soll ja ich habe den first time die behalte ich noch falls du böse bist dann verwandelt ich den ich habe das zuckerrohr kaputt gemacht und ich würde sagen wir haben wir jetzt eigentlich alfred alfred nobel alfred nobel ja du will ja uns nicht erlaubt ja hey wie geht's na walla wie geht es meine farm mike das ist meine farm interessiert mich nicht meine waren meine war ich bin so gut dann macht das tor zu um nein ich war raus schubst du mich ein und dankbares stück so was wir jetzt auf jeden fall machen wenn leute in das gold in den ofen tun und ich wollte kann eigentlich sagen das eisen in den ofen ja das natürlich auch das ist ja ganz wichtig natürlich war ich nicht doch fast nein doch doch leon wo findet man den diamanten indem man slash game wo war das gleich game mode 1 1 gibt es keine gütige zahl doch und nein was habe ich denn da gemacht und nein und nein und nein ich habe drei ender perl leon ich glaube op gold apple bringen eigentlich nicht so wirklich was oder und 1 11 kann man keine op gold apple kraft gibt sie nicht mehr microsoft also behindert hat die rausgenommen ja seit microsoft microsoft hat das ist das spiel ganz anders aber es ist nicht unbedingt immer schlechter heißen und es wird gerade wieder nach was ich nicht befürworten würde es angehen wenn die nähter gleich noch wenn wir unsere rüstung haben ja aber erst mal rüstung rüstung ist das a und o jetzt wie lange ist die folge eigentlich ist 27 minuten nein doch wir hatten noch vorhin auf den bergen hat gemacht also aufnahmebänden dann neue er meint was brauchst du noch hose und helme ich mache so da sind wir wieder während der zeit ja ist es nacht geworden wie man sehen kann und ich habe keinen platz mehr deshalb wird es ein bisschen ruckel also die ganze folge lang also ja können die leon verdammten so mir wo ich habe eine hose bekommen einfach so okay ja das hier muss exudiert ist und ich sehe schon was und lehrer wird es sofort wie beheben sonst welchen ein popo klatsch geben und das wird denn ihr wird ihnen nicht gefallen und leon ich verzauber eben meine hose dazu da ist noch ein ende mehr leute wir sind da meine ender dorf ja ich bin raus nötig ist nur wieso leon ich bleibe hier ich bleibe hier wenn man muss mir keinen helm gemacht ich weiß es war aus versehen ich habe schuhe gemacht anstatt wo ist das denn der kirche für 60 no scoped werden als hier kriegst du eine erde als mir scheißegal mir deine erde ist ne weiß ich nicht scheißegal es ist auch bei 1000 1000 1000 mein englisches wäre gut so was soll ich machen schuss sicher explosionsschutz oder schutz ich mache schluss schuss sicher schutz und haltbarkeit habe ich jetzt drauf ich hätte schuss sicher genommen ist besser für den helm dann ich würde looting bekommen dass wir haben wieder stärke und stärke nimm das mal für dich ja ja ich verbinde die an unserem wunderschönen ambos wo unseren ganz eisendrauf verschwendet hast dass der moske gleich kaputt ja das ist perfekt nicht wir sollten hier meine tür oder vielleicht ein gitter oder irgendwas noch was kommen wir mal monst also ich habe mich werde der falschen hand was jetzt passiert jetzt bist du link da kommen zombie ja auch nicht geliehen hat ja oh mein gott das richtig ist was sie ich komm raus jovala was los okay ich würde sagen dann gehen wir in die nähtanne jetzt ich will erst mal ins bett gehen ich gehe schlafen gut nach da ich auch du hast mein bett immer noch nicht gefunden ja ich will mich ich will mich krass oder scheiße was krass oder scheiße was wie fühlt man sich als kleines kind tja nö belastend beides creepy schießt sich ab gut so wie sexy wie sexy und ich habe gerade wie sexy diese alte das mit nach zwei burschen schießereien tot belastend nein ja kommst jetzt ja warte ich muss die meine mentale versteckt ja alles in den wänden hier einfach wenn du hast es irgendwo soll ich runter bauen ist jetzt hier weil alles ab ich weiß es nicht du lässt alles da drin okay so ausgenommen aus sehosenblätter mitgenommen wieso das zwar noch für draußen er das kommt in die reihe unter den meter blöcken den schnee der schnee nur ich habe 14 schneeblöcke was jetzt bis zu sterben so ich würde sagen wie geht es in den meter das war meine idee übrigens nein mal meinem kiel ist es deine aber ich leise sie nur aus du leistest ja nie du hast es auf der du kannst du nacht und dein bett ist auf dem dach ja leute wir müssen es mal so vorstellen ich ein normaler mensch und ein normaler mein kopf mensch der schläft in einem haus was macht leon er macht ein dach wo er macht er baut sich ein werk zu einem bachboden aber es ist nur noch ein dach momentan und es steht einfach so gesehen auf dem dach perfekt leute wer würde ich meine wer würde nicht auf dem dach schlafen ist doch das ist doch schön opfer nein okay für spaß doch ich bin ich überhaupt safe nein doch doch bin safe okay ich komme tschüss alfred wir hätten vielleicht ein cauldron mitnehmen können können hätten wir vielleicht auch sollen das bringt aber auch so her bringt es geht das ich glaube es ist geupdatet ne 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 ich hoffe es ist nicht zu dunkel hier und ich hab keine fucken ach man ich hab ein guter dass ich heute dabei hab so schlau ist nämlich ein mikey immer nein nicht na ja ja dann haben wir hier ein paar fucky 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 und das hat sich gerade falsch angehört ungewollt ach ich wusste bräuche fucken ich nehme einfach Feuerzeug das hell für immer vor allem auf nähtere nähter stein leon kannst du mal auf mich warten hast du gerade jemanden geschlagen nein ich hab feilschaden ich hab feilschaden bekommen wie soll das dann so gemacht vielleicht weil hier zombie pigments rumlaufen ja aber das ist so ein ich hab dich jetzt an geschreut leon ich bin hier voll ja ich hab schon wieder richtig viele level ich hab ein level 18 ich hab hier voll angst wenn du die glaubst sonst da alles abbaust oh hör doch auf das feuer abzubauen das mach ich hier grad seit über hin leon ich ich wage es nicht sonst setze ich es unter dich und du hast kein wasser da ist überall kies leon wo bist du ja okay was ich weiß zwar nicht was du da gerade machst aber für spaß ich baue mal hier so mit ne damit das damit man nicht sofort stirbt weil das ist ja bei leons immer so dass sie dann runterfallen und sterben weil sie zu schlecht sind für mindest kraft er springt einfach wirklich runter nur kann ich mal was hätte ich mal falsch anbekommen ja üs üs ich hab gehört leute gefällt gefallen ein paar leute mögen die musik nicht die hier gerade hört oder die sonst immer im hintergrund sind aber weißt du was ich davon halte nein was okay okay oh scheiße ich hatte ich hatte oh mein Gott bin ich dumm das hast du warst ich hab f Sternchen in deinem UCK geschrieben ha ich weiß er doch nur das ik ich bin davon verwöhnt das zu sch ax ho 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 hof hoch da jedes mal wenn mann wieso bist du wieder wenn er jetzt lohnen komme ich dich ich gehe lieber weg tschüss habe ich nicht eine wunderschöne treppe gebaut dafür gibt es doch ein neid nur mal und für den video mit null likes mikes videos video mit nur nachts ich höre ich war aus dass ein gas hey garstie ich schieße dich ab daneben gut gemacht dann gehen wir aber nicht hin ich höre noch ein gas ich springe runter ich habe überlebt ich höre noch ein gas ich habe irgendwie das gefühl wir müssen hier runter ich baue hier mal soll ich mal hier obwohl es bringt ja gar nicht so kommen wir nicht mehr runter tschüss bobby ein das meint komm was ich will ich den gas da bist du muss ja tschüss bobby alter greifen die sich nicht an ich hab dir nur geschubst ach so ja gut wenn ich ich habe gerade hätte ich dir geanget und dann sind die Runde gefallen für den 1 und er darf doch mal hoch nahe an die Kammerkontane schreie auf Gas leon ich habe angst er hat sich gesehen 3 gar 2 gas umg umg ich sehe sie sich in einen da unten ab ich kühle den einen da unten ab ihn und jetzt sind da oben der andere ist die spawnt ja ich hab's gesehen nee der ist wahrscheinlich nur weiter hinten und hat versteckt sich da jetzt ne der ist nicht gedienst glaube ich wer jetzt sonst verwunderlich und ich habe keine blöcke und bin im nieder mhm mhm ich hoffe auf jeden Fall noch ein Gas ach ja Mike hier solltest du nicht runter gehen ja ich sehe ihn ich sehe den Gas cool kill ihn bitte bevor ich runterfalle wegen ihm danke ich bin ich bin nicht wirklich was machst du da oben also für alle kleinen Zuschauer für alle die noch nicht jugendfrei sind für alle die noch nicht so richtig ähm älter als 6 sind die tut mir leid dass ich jetzt so unvorbildlich bin ich bin es tut mir leid vor allem leute und weg dass meine Frau Plakette abgeben unvorbildlich bin ich über einen Lavasee also welche nicht mehr hingehen also mal kräftig glaubst du wann kriegst du den Säbernen Playbutton in fünf Jahren wenn überhaupt ja eben Digga wieso dass ich mich selbst weiss Gott alter ne und wieso dass ich mich selbst du musst jetzt darauf antworten ich hab ne Frage warum bin ich auf dem Server noch nicht OP hä was ist denn OP ja und was meinst du denn ich kenne kein OP hä dankeschön ach so OP ja warte hier ich bin die neuen Magma Blöcke ja ok Leon wenn du aber einmal slash äh kill Mike machst dann ja ja ich möchte ehrlich gesagt ok komm dann nehmen wir halt misspilz mit misspilz misspilz wir fehlen nur noch mister pils dann haben wir ein wir hatten wieder irgendwo im Wald oder nicht hab ich jetzt komplett beschuldet oder misspilz war der rote ne ja oh ok das war der mario pils mit mario 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 also ich werde hier definitiv verrecken tja an und herriff so leon ich würde sagen die aufnahme oh die aufnahme ist bändet oder Leon aufnahme bänden sollen wir noch eine dritte machen ja ok bis dann tschau leute Leute wenn es euch gefallen hat ich hab keinen bock auf den Satz wisst ihr was ich will einfach die von bänden wir wissen was ich mein haut rein und tschüss tschau